hallo leute willkommen zum neuen motorvlog heute soll es ums thema ja komm nimm mir die vorfahrt dankeschön vielen vielen dank heute soll es ums thema nee nicht ums thema vorfahrt hey leute willkommen zum neuen motorvlog hier war die stelle an dem ich fast die fetteste arschkarte in meinem leben gezogen habe ich war auf der gegenfahrbahn hier also in die andere richtung fahren und jetzt wo ich fahre ist ein taxi ausgeschert zum überholen hier in der 50er zone es war zwei uhr nachts und hat mir grob die vorfahrt genommen statt zu bremsen ich habe eine vollbremsung eingeleitet er hat gas gegeben es war wirklich kaum zwei meter oder so bis zum aufprall wenn du das mal runterrechnen ist auf 60 kmh das war 0,2 sekunden bis zum aufprall mt07 cage richtig geil und es war wirklich krass da hatte ich wirklich ein problem mit und ich bin ich bin ausgewichen während der vollbremsen bin ich ausgewichen und rechts hat ein lkw geparkt somit hat mein spiegel um ein h sein spiegel getroffen von seiner e-klasse also hier das waren wirklich nicht mehr als fünf zentimeter man hat den luftzug von ihm so schnell war der gespürt aber richtig deutlich am oberkörper satz und rot gemacht und auf jeden fall bin ich ja ausgewichen hatte noch 30 kmh oder 35 kmh drauf und ein taxi vor mir hat stark gebremst und angehalten sofort um fahrgast rauszulassen auf meiner fahrbahn also habe ich auch eine vollbremsung gemacht und bin auf dem vorderrad zum stehen gekommen und zwar ein meter von sei von ihm also helfen von seiner stoßstange und das ist echt krass und ja leute ich wollte einfach mal sagen passt auf rechnet mit dem fehler ein anderer und nimmt wirklich verlasst euch auf keinen fall darauf dass die anderen richtig reagieren weil jeder macht mal fehler und dann gibt es wiederum leute die ständig fehler machen oder einen katastrophalen fehler machen es reicht ein fehler und ihr habt die arschkarte gezogen oh man busse wie ich Busse nicht leihen kann ganz ehrlich in der Fahrprüfung kam mir so ein Bus über die Quere mit allen vier Blinkern an also mit dem Warnblinklichtanlage und so und da dürft ihr nur mit Schrittgeschwindigkeit überholen und auch nur wenn keine durchgezogene Linie da ist und Leute, da könnt ihr wirklich durch die Fahrprüfung durchfallen, wenn ihr schneller als mit 20 kmh überholt habt seid ihr am Arsch it's just you and me